ESTV – Videos aus der Region Mein Name ist Frank Stolzenberg. Ich bin hier im Klinikum Essling in der KJB-Kinderstation. Ich bin systemischer Traumapädagoge und arbeite mit tiergestützter Intervention, das heißt mit meinem ausgebildeten Therapiehund BESS. Wir arbeiten mit traumatisierten Kindern, aber auch mit anderen Störungsbildern. BESS begleitet mich im Stationsalltag, aber auch speziell mit der Zusammenarbeit mit den Therapeuten oder im Einzelsetting BESS, ich und ein Patient. BESS ist jetzt drei Jahre alt, sie ist als Welpe schon auf unsere Station gekommen, damit sie das Setting hier auf der Station kennenlernt. BESS zeigt uns an, wie die Stimmungslage hier auf unserer Station ist, wie es den Kindern geht und es ist ja nachgewiesen, dass so ein Hund, wenn wir mit ihnen in Kontakt kommen, Oxizin ausströmt, das heißt sie tut uns gut, sie tut den Kindern gut, aber auch dem Team und den Kollegen, bringt Ruhe rein und hat es geschafft, dass wir auf unserer Station mit Kindern so gemächlich und so fördernd umgehen können, wie es einfach sein sollte, um die Kinder zu gesunden.